Warte mal, ich werde jetzt mal kurz die Gars geben. Da, zack. Habt ihr den Merken, der Rucker? So, jetzt ist er im Notlauf. Tja, wat ein stressiger Tag heute. Und das ist auch für Sommer. Und warum mache ich das alles? Warum fliege ich mir das alles an? Für euch, kleinen Knöpse. Das ist der beschissenste Tag seit 1,5 Jahren. Locker, locker. Morgen, es ist Dienstag, halb sechs. Ich fahre jetzt in der Viertelstunde los. Ich habe eine Abholung noch, bevor ich losfahre. Da sitzt der schwarze Flag Eddy. Chaco Krabbel da hinten auch irgendwo rum. Da sitzt er. Ja, immerhin habe ich heute wieder was zu fahren. Das ist schön, 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 schön. Ich habe mir jetzt den Kaffee fertig gemacht. Ja, und dann mal gucken. Ich bin gespannt, ob ich heute eventuell die Information kriege. Jürgen Ford, ob der mit fertig wird. Gestern kam mir raus. Ach so, ja, genau, gestern, wo Montag war, brauchte ich nicht fahren. Ich wurde beliefert. Ich bin umsonst aufgestanden. Und gestern kam raus. Sie müssen den Motor leider rausnehmen. Die kommen mit der Magnetbrommaschine nicht ran. Komm schon, zu. Na ja, jetzt werde ich noch die Tieren wecken. Da muss ich gleich aufstehen und dann jetzt ab auf Tour. So, nun bin ich schon fast fertig mit der Tour. Habe jetzt noch zwei Kunden in der Straße. Und, ja, ich habe eine gute und schlechte Nachricht. Ich denke mal, ich fange mit der schlechten eher an. Und zwar der gute Ford. Jetzt gibt es schon wieder ein Problem mit dem. Ich kasse bald aus. Wenn ich jetzt Gas gebe und da lasse, geht ein Notlauf. Ich dachte erst, okay, gut, ja, Dieselfilter eventuell verstopft oder so. Aber nachdem ich da mal reingeguckt habe und gesehen habe, dass sie mich für bewusst gesammelt hat, gehe ich mittlerweile eher schon von einem AGR-Ventil aus, das dann verdreckt und verstopft ist. Es muss halt sanft Gas geben und nicht so beschleunigen. Dann geht das. Dann kommt da nicht ein Notlauf. Wenn da mal ein Notlauf geht, reicht einfach kurz einmal Schuss zurück, einmal Schuss nach vorne. Dann ist das Ding wieder okay. Ich fahre jetzt, bevor ich zum nächsten Kunden fahre, erstmal in der Werkstatt. Ich würde ihn kurz, bevor ich in der Werkstatt bin, noch mal kurz treten, damit er in Notlauf geht. Damit die dann auf jeden Fall auch was auslesen können. Ich lasse den Wagen dann laufen. Ja, das nervt, das stresst schon wieder richtig, ey. Aber die andere Sache, die gute Nachricht ist, da wo ich arbeite, bei dem Auftraggeber, da hört jetzt ein anderer Auftragnehmer auf, weil der Fahrer abhaut. Dieser, ich habe bis ein paar Schuss Schlaf gehabt, war Unruhe nach, keine Ahnung. Dieser Auftragnehmer, der will sein Auto auch verkaufen, die werden wir auch mal fragen, was er kosten soll. Das ist ein bisschen die Veko, Baujahr, müsste ziemlich neu sein. Und wir haben bestimmt so ein 15, 16, 17 mit Ladebordwand. Mal schauen, was er haben will dafür. Vielleicht kann ich ja auch anbieten, Dauer mieten oder wie auch immer. Oder, keine Ahnung, Langzeitbietere, Junge mal. Und denen seine Tour habe ich mal nachgefragt heute. Die könnte ich echt haben. Wer soll noch ein bisschen besser bezahlen, als sie, wie ich jetzt fahre? Hat ca. 400 km am Tag. Nur war mein Plan eher, dass ich ein Auto miete. Ey, Alter. Gleichzeitig habe ich nicht gegannt und kaum ist das Video anfangen an zu gehen, ey. Ja, mein Plan war, dass ich einen Transporter miete mit Ladebordwand. Kostet mir, denke ich mal, 500 in der Woche. Ich habe mal alles gegenkalkuliert. Mit der Fahrer, also der, den ich entlassen musste, der Leipzig komme ich gleich. Wenn der seine 8 Stunden fährt, sage ich jetzt einfach mal, wenn es mal ein bisschen weniger ist, egal, hat er dann wieder einen Stundenlohn. Oder wir machen ein Konto, ein Stundenkonto, dass er halt mal ein bisschen mehr fährt, wenn er dann eine Stunde hatte. Wenn ich den bezahle, plus die Läußenschaften und Krankenkassen und den Sprit und einen Fuffi am Tag einrechne, das müsste ungefähr hinhauen, mit ein bisschen Puffer, dann bleibt auf jeden Fall noch was hängen. Also eine gute Stange Geld. Und das wäre natürlich ideal. Da hätten wir da drei Autos laufen bald. Also im Sommer geht ja wieder die ganze Runde los. Oder im Frühjahr. Hey. Huch. 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 Und damit wäre dann mein Problem gelöst. Ich hätte dann auf jeden Fall wieder das, was ich gerne hätte. Mein Auftragsregion. Das ist alles sehr gut bezahlt. Ich hätte dann keine Probleme mehr. Mehr Probleme habe ich jetzt noch nicht so wirklich. Es läuft ja alles so. Ein bisschen eng vielleicht. Mein Liebesmonat habe ich auch noch. Na gut, jetzt kommt der, jetzt weiß ich ja nicht, was der Ford kostet. Und wie wir da ausbohren oder ausgebohrt haben. Aber wenn es nicht so viel wird und ich mehr würde, wie ich kalkuliert habe, dann habe ich noch ein gutes Plus, weil ich mich übernehmen kann im nächsten Monat. Und immerhin ein Plus. Das ist ja das Wichtigste, wenn ich Minus reingehen würde im nächsten Monat, dann wäre das scheiße. Ja, aber jetzt kommt der Fahrer. Ich habe gesagt, ich werde alle möglichen machen, um eine Tufin zu kriegen. Er ist jetzt seit 50. raus. Also ungefähr eine Woche. Jetzt habe ich also schon jetzt was Neues für ihn. Fünf-Tage-Woche, Vollzeit-Job, sechs Kunden am Tag vielleicht, ganz entspannte Arbeit. Und er sagt, ja, ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Er hat ja wohl noch Vorstellungsgespräche, alles okay, keine Ahnung, ist ja kein Problem. Aber wenn er unbedingt weiter Fahrer werden wollte und ich ihm jetzt die Möglichkeit gebe, dass er sofort wieder nächste Woche einsteigen kann, warum noch lange unklar? Und gut, vielleicht will er gucken, was noch zu holen ist, woanders. Aber ich kenne ihn. Und ich habe wieder das Gefühl, dass er sich ja eine Belübungsbebohren hat. Keine Ahnung. Wenn er nicht will, dann gucke ich, ob ich jemand anderes finde, der möchte. Und ansonsten lasse ich es ja zeigen, dass die Finger von, wer droht, wer schade, wer auf jeden Fall durchs Land und Geld die Flöten geht. Warte mal, ich werde jetzt mal kurz die Gas geben. Da, zack. Habt ihr den Merken, der rückt ja? So, jetzt ist er im Notlauf. Ja, lassen wir mal einen Notlauf, ich bin ja bald in Strahlsund. Das ist, das kann eigentlich nur, der Turbolader, ich weiß nicht, der pfeift aber. Ja gut, jetzt arbeitet er nicht, jetzt ist er im Notlauf. Das nervt so, Alter. Immer was Neues. Meine AG Evans hier kann man ja reinigen, das ist ja nicht das Problem. Scheiße, wenn ich jetzt kaputt wäre. Oh, ich halte mich, wenn ich kaputt gehe. Naja, egal. Das ist jetzt erstmal der Stand vom Dienstag. Ich werde danach nochmal, wenn ich bei der Werkstatt war, nochmal kurz ein Video machen, was auskam. Ob wir was auslesen konnten. Und wenn nicht, ja, scheiße, dann geht dieses scheiß Zugerei wieder los. Ich hoffe, dass wir heute noch was machen können, dass ich nach der Tour nochmal fahre und dann den Problem gelöst wird, wenn sie wissen, was los ist. Ansonsten muss ich mich morgen dann mit Ohr nochmal rumquälen. Man lässt ja gehen quälen, ja, man fährt ein bisschen sanfter. Spritverbrauch, muss ich sagen, ist aber auf jeden Fall. Ich dachte immer, ich fahre schon sehr sparsam, aber das ist nochmal richtig gut. Ich habe jetzt 586 Kilometer und habe einen achten Tank erst verbraucht. Das wäre ja Bombe, wenn es immer so wäre. Aber mal gucken. Wir warten mal ab, ne? So, gut, dann cutten und bis gleich. So, okay, also, jetzt bin ich fertig mit meiner Tour. Inselzeug macht Claudi. Habe noch eine Abholung gehabt jetzt. Ich war 30 Kilo. Sie ist hier angefühlt wie 80. Und keiner ist da gewesen. Muss ich alleine reinschleppen, naja, egal. Ich war bei der Werkstatt. Wir haben ausgelesen. Und da steht, ähm, Rail irgendwas hier, äh, 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 Druck zu hoch. Der war zu hoch. So, so. Putzauto hier. Äh, aber ist zu hoch. Das kann jetzt entweder die Railpumpe an sich sein, was ich nicht glaube. Weil dafür läuft sie zu gut. Sie hat 75 Kilo Pascal, heißt es, glaube ich. Ähm, 70 dürfte sie haben bei zweieinhalbtausend Umdrehungen. Die vermuten wohl eher der Sensor. Leider haben sie erst Freitagzeit. Ist zum Kotzen, ey. Ja. Muss ich halt erst mal fürs Freitag damit klarkommen. Ja, es geht ja. Sag mal, wenn ich bis zu maximal zweitausend Drehungen fahre und dann schalte, passiert nichts. Damit kann ich arbeiten, definitiv. Und Notlauf, ja mein Gott, äh, selbst im Notlauf geht's. Dann ist das überholen zwar beschüssener, aber ich muss ja auch nicht immer überholen. Das ist ja nicht unbedingt muss. So. Ja, fasse ich also zusammen. Dienstag, 50-50. 50% scheiße wegen dem Ford. 50% gut wegen, äh, die Möglichkeit des neuen Auftrags. Aber irgendwie, ja, mein Ex-Fahrer, keine Ahnung. Klart sich nicht aus, reagiert nicht. Ich höre meine Nachrichten jetzt zwar ab, aber... Ich weiß nicht, was das soll, dann kann der mich im Arsch schlägen, ganz ehrlich, ey. Dann werde ich jetzt, wenn ich zu Hause bin, nochmal jemanden anrufen, oder zwei, drei Leute anrufen, vor allem, ob sie Bock auf Arbeit nahmen. Ähm, und dann finden die halt ihren Job. So einfach ist das. Und falls ich gar keinen finde, ja, dann ist es so. Wäre zwar eine schöne Chance gewesen. Dann hätte ich mein Ziel dieses Jahr erreicht. Hätte denn drei Touren, so gesehen, am Laufen. Mehr wollte ich gar nicht. Weil wenn man nicht jeden Scheiß annimmt für ein abbildendes Ei, dann braucht man auch nicht viele Touren. So, ne, und weiter ist nicht das Problem. Und ich überlege damals die 30, 40 Touren, die ich hatte. Und dann kamen da, keine Ahnung, 18.000 bis 22.000 Euro raus. Das ist für ein Arsch. Jetzt würde ich dann die hier fahren. Also, wenn ich jetzt hier alle drei fahre, dann habe ich im Monat eine Frage, sag mal, ich schätze mal, 13.000, sag ich mal, mit drei Autos und drei Touren. Und damals hatte ich, wo ich alles mögliche hier fahren bin, und Hermes und Post und Plan. Da hatte ich teilweise bis zu zehn Fahrzeuge und mehr laufen. Daher seht ihr den Unterschied. Mit einem Drittel mache ich zwei Drittel von dem, was, ne, also das, ne, ohne mich, alter. Ich nehme mir nix mehr an hier für ein Abbildneri. Wozu auch? Damals war der, war der Druck auch immer extrem so eine Art wie, ja, wenn du die und die Tour haben willst, musst du aber auch die und die mitnehmen. Da ist ein Scheiß, wenn du keinen Schwanz fahren willst. Das riecht hier. Das riecht nach Diesel. Mensch, schau zu, du Affe, Alter. Hm, oder ist der halt vor mir hier mit seinem Roller? Bin mir nicht sicher. Hm. Ich war ihm ganz schön hier vorne, der Roller. Vielleicht stinkt der hier so bestialisch. Ich werde ihn mal ausweichen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob der auch jetzt hier aus dem Auto kommt. Jetzt sind wir hier. Warte mal, mal kurz die Motor lauschen. Nee, ist alles gut hier soweit. Eine Kreuzung, er fällt links, ich fahre rechts. Kann ich alleine mal schnuppern. Nee, jetzt geht er doch rechts, der Arsch. Ach, ich glaube, das kommt aus meinem Auto. Nee, jetzt ist es wieder weg. Wenn der Benzin oder Diesel riecht, das ist immer schlecht, immer schlecht. Wenn ihr mal geguckt, die Inhektoren waren trocken. Letztens, also vorhin, vor, weißt ich, gefühlten zwei Stunden. Aber kein vorzusehen, hab auch nicht nach Diesel oder so gerochen. Hm. Jetzt ist er weg. Rollerfahrer ist nicht mehr da. Und prompt stinkt es nicht mehr. Da war es woher. Schweigeab. Ich werde zwar trotzdem noch mal zu Hause nachgucken, aber ich riech' nichts mehr. Da war der da, mit der Dreckschleuder da. Gut, naja, dann werde ich jetzt für den Dienstag erstmal Feierabend machen, hier mit Vlog. Dann geht's schon wieder sieben Minuten, aber da, ja, würde ich sagen, reingehau' jetzt mal. Moin. So, Mittwoch, ähm, 6 Minuten vor 8 Uhr sind. Ich bin auf dem Weg zurück von Rostock, äh, in Richtung, äh, Insel. Ab vier Stopps. Kurz ein Update wegen gestern. Der Treibstoffgeruch kam nicht von mir, der war definitiv von dem Pro-Betroller, was auch immer das vorne war. Ähm, ey. Ich glaube, gestern, hau' ich mich auf, muss ich gähnen. Und ich hab heute nicht einmal gähnt, bis jetzt, aber jetzt, sobald ich Videos nehme, fang ja zu gähnen. Ja, wir haben ja gestern noch, äh, wie immer gestreamt, sogar noch länger, weil ihr ja einfach immer nicht nachgebt, gesagt, ja, komm, mach doch mal noch bitte, mach mal noch die Oil Rig, bla bla bla. Wir hatten einen schönen Online-Rate gestern gehabt, leider, naja, ähm, weiß ich nicht, ob ich jetzt nicht sagen darf, alles. Äh, ich will ja auch jetzt ein Highlight machen, ach, egal, es hat nicht ganz geklappt, ne, fünf Punkte haben gefehlt, von der Eintür, und, äh, Counter Raider war auch noch da, den hab ich aber auch noch weggefetzt. Egal, ich hab's versucht, ich hab's versucht. Äh, was ist ihm hier, was macht er hier? ja, ähm, was soll ich jetzt sagen, was soll ich jetzt sagen, was soll ich jetzt sagen, mit dem Ford, genau, mit dem Ford, ähm, ich hab jetzt meinen Weg gefunden mit ihm, ich komm klar, ähm, trotz dieser Problematik, dass ich, wenn ich beschleunige, er in Notlauf geht, ich muss einfach, ähm, unter zweieinhalbtausend Drehungen bleiben, dann kann ich ihn auch ohne Probleme, volle Pulle bis dahin fetzen, passiert eigentlich nichts, zumindest, da hab ich jetzt noch nicht gehabt, das Problem, das aber passiert ist, dass da ein Notlauf gesprungen ist. Oh, oh, bei, 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 bei. Sollte vielleicht nicht unbedingt, bei 50 kmh, ähm, sechsten Gang anfangen zu beschleunigen, aber seht ihr, ähm, das meilt zum Beispiel, passiert auch nichts. Also, es kann nicht die Hochdruckpumpe sein, wenn ich aus, ähm, sechsten Gang, aus 50 kmh Beschleuniger, dann, ähm, dann, dann, ähm, würde die Pumpe definitiv Probleme machen. Ich denke mal, es ist der Sensor. Also, ich kann damit auf jeden Fall arbeiten, jetzt bis Freitag, wenn die repariert wird, aber wenn dann, äh, an die mal umgebraut wird, und geguckt wird, was nun wirklich Phase ist, ja, hab ich schon gesagt, dass der andere Vox soll das am Abend fertig sein soll? Ich glaube, ja, ja. Bei euch ist der muss ein paar Sekunden her, für mich ist der Tag ja, äh, 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 gestern, meier, die Zeit ist Mittwoch. Joa, mal gucken, heute, wenn ich von mir hier noch zu Karls Erlebnisdorf, oder Erdbeerhof, oder wie sie jetzt schimpft, kennt vielleicht der ein oder andere, von euch. ich muss mal gucken, wie kaputt ich bin, wie müde ich bin, weil, wie gesagt, der Stream nimmt es überhand. Ich werde mir jetzt auch eiskalt bleiben, und wenn ich, äh, zu müde bin, werde ich sagen, nee, Leute, sorry, ist nicht. Da kann ich, ähm, wie sagt man, nicht verantworten. Ich meine, ich bin zwar müde, aber ich bin trotzdem konzentriert, äh, im Verkehr, aber dennoch, ähm, ich muss mich ja nicht unbedingt über Bühle durch die ganze Woche schleppen, nur um dann Freitagabend, wenn man denn eigentlich bezieben könnte, äh, um 7 Uhr schon Bühle ins Bett zu fallen und durchzuratzen bis zum nächsten Morgen. Das ist nicht der, was ich mir vorstelle. Joa, ansonsten, sollte ich heute mitfahren, werde ich da auf jeden Fall noch was, äh, aufnehmen. Wie wir da sind. Mal gucken. Falls nicht, bin ich eingeschlafen. Auchchen lässt mich da noch meistens schlafen. Sieht ja auch, dass ich viel in den Ohren habe. Eigentlich, eigentlich doof. Ich habe weniger, äh, mit der Firma zu tun, so gesehen, außer morgens meine Tour jetzt nochmal zu fahren. Aber diese Streamen und alles vorbereiten und hier noch ein bisschen basteln und da noch ein paar Videos machen, ich lasse die Zeit auch auf. Ich muss mal schauen, ob ich das wirklich das ganze Jahr durchziehen kann. und so. Weil, das wird sich bestimmt lohnen, wenn ich das ganze Jahr durchziehe, werde ich am Ende des Jahres bestimmt, äh, einige dann Follower haben. Und, ja, ich finde schon gesund mit dem Weg. Im Sommer auf jeden Fall, im Sommer ist die Fakt, Alter, da werde ich, äh, mehr Zeit, äh, für mich nehmen. Ob ich dann Lust habe, zu streamen oder Videos zu machen, weiß ich noch nicht. Ich werde mal komplett nur an mich, die Familie natürlich auch denken, aber auch mal wirklich, halt auch die Zeit, wo ich dann komplett nur an mich denke. jetzt kann man sagen, dass es egoistisch ist, aber meine auch nicht. Boah, ey, ich kann mich ja nicht für alles und jeden auf, äh, äh, aufreiben und selber nachher dann, äh, auf der Schrecke bleiben. Gut, naja, dann soll ich erstmal jetzt, reingehauen, ähm, sollte noch was kommen jetzt von dem Erlebnisdorf, wenn viel Spaß dann wird, wenn nicht, denke ich mal, hören wir uns dann morgen am Donnerstag wieder. Tschüss! Moinsen, es ist Donnerstag und ich habe eine sehr gute Nachricht, und zwar, äh, wegen meinem Ford hier und dem Problem, dass hier in Notlauf geht, ist weg. Keine Ahnung, ist einfach weg. Ich habe vorhin ein bisschen Gas hier und dachte mir, naja, mal gucken, wann da wieder Notlauf springt. Passiert nichts. Ich fahre jetzt, äh, 60, äh, 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 80 im 6. Ich werde mal jetzt, äh, den 5. schalten, jetzt bin ich bei 70. Ich spiele es jetzt bei zweieinhalbtausend Umdrehungen, bin bei 90, bin bei 100, bei 3.000 Umdrehungen, passiert nix, gar nix. Alles wieder, also kann ich ja eigentlich von ausgehen, und ausschließen, dass es, ähm, Injektoren oder Pumpe ist, weil Injektoren, wenn die kaputt sind, sind sie kaputt. Wenn die Pumpe kaputt ist, ist sie auch kaputt. Fertig. Daher gehe ich schon stark von aus, dass es der Sensor war, weil so eine Kackdinger können ja mal einen Abbekontakt haben, oder Irgendwann Anderen, also Kabelbruch vielleicht, kann auch sein. Ja, ist doch mal eine schöne Nachricht auf den Donnerstag jetzt hier. Ein Problem weniger, Gott sei Dank, kann ich mich jetzt wieder aufs Arbeiten konzentrieren. Ab heute, ähm, ja, hab ich fünf auf dem Festland, drei Strahlsson, einmal Tierhagen, die habe ich gerade abgeliefert und jetzt noch mal Wieg auf dem Dars. Das Ganze entspannt alles heute. Ähm, ja, wir haben gestern, ja, ich hab gestern wieder geblieben, bis zu Ruinen, bin jetzt aber durch mit dem Solo-Server, weil da ist jetzt einfach zu viel tote Hose und die Butzen, also Leute, ganz ehrlich, ja, und was ich da erlebt habe, durchgesprengt da überall und reingeballert und dann ist da teilweise nicht mal ein TSC drin. Also, ja, ja, Minusgeschäft ist und geht nicht mehr und ich geh schon wieder pfff, ich sag mal, mhm, ja, ja, ansonsten, Badenkürz gestern, wobei der Zeit aus wie so ein, keine Ahnung, Seemann oder Seebär. und guck mal, ob ich heute erwarten wird, ähm, es wird bald wohl ein Projekt geben mit einem anderen Streamer zusammen, mal so am Wochenende, ähm, ich denk mal, nicht ab, wenn es kommt, sondern da auch, das folgende, wochenende, reich, ab, äh, in der Woche, ich wirklich, äh, so streamen, wie die Jungs da streamen, ähm, das ist mir dann doch zu, äh, zu lange alles, wenn ich dann nicht da arbeiten muss, keine Ahnung, ob die Jungs da, und Mädels, ähm, nicht arbeiten müssen, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht soll ich es falsch sagen, ob es will. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, ist jetzt mal, jetzt gecalled, Junge-Nastag, heute soll der andere fortfällig werden, der Kopf, ähm, die lassen auch gleich noch, die, den, den Motorblock, äh, ausgebaut, schmeißen sie hinten los drin, denn das muss ja noch, die Kupplung gewechselt werden, sonst wäre ja Quatsch, wenn sie die einbauen, den Motor, und die Jungs müssen ihn dann wieder ausbauen, oder, äh, wieder absetzen, um an die Kupplung zu kommen, das wäre ja Blödsinn, ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass er heute wirklich fertig wird, ob ich ihn heute noch abhole, glaube ich ja weniger, weil, heute Abend noch mal los, und, ja, nee, lieber morgen, nachgearbeitet, gleich, voll eins ins andere, ich mag es nämlich nicht, dazwischen Pausen zu haben, ich mag auch so Pausen nicht machen, ich arbeite lieber durch, ich brauche auch schon eine Lehre, so, ich habe dann gesagt, Meister hier, ich mache mal Pause durch, habe kein Interesse dran, und gehe dafür früher nach Hause lieber, so, gut, ja, dann würde ich sagen, heute, Donnerstag, sage ich, tschüss, und wir hören uns dann morgen, aber echt, jetzt gleich, hören wir uns, aber für mich ist es dann erst morgen, am Freitag. Moin, so, wir haben Freitag, und, ich hatte gestern mal den Tag vor den Abend nicht lohnen dürfen, mit dem Ford, das hat ja so ein Dauerthema, Alter, ähm, ja, er fing gestern an, noch Macken zu machen, richtig böse mittlerweile, also, du kannst kaum beschleunigen, ohne dass er Macken macht, und in Notlauf geht, oder ausgeht, ich bin froh, wenn heute der Dieselfilter kommt, um 14 Uhr, ich mache jetzt übrigens gerade eine Drehung, und fahre jetzt wieder zurück, ich habe gerade aufgeladen, und habe noch gefragt, äh, weil er sich so unsicher war, ich so, ist das wirklich das Richtige? Ja, Pustekuchen, eigentlich ein Anruf, ey, das ist nicht das Richtige, kannst du bitte nochmal hinfahren, also drehe ich jetzt um, ich war kurz vor Rostock, Alter, jetzt fahre ich die ganze Scheiße wieder zurück, lade den Mist ab, na, na, und da läuft neue rauf, ja, das nervt richtig, Alter, ich bin klar hier teilweise nur mit 70 rum, weil sobald ich beschleunige, zu doll, wirklich nur ein müh, zu doll, Notlauf, oder aus, dann fängt an hier alles anzugehen, dann kriegt er keinen Sprit, das kann, eigentlich nur der Filter sein, wobei mittlerweile, denke ich auch wieder, kann es auch, äh, Injektoren-Sendpumpe sein, wenn ich weiß, der Filter wäre der Idealz, ich habe, wie gesagt, eingestellt, ähm, natürlich muss der Original, aber seit dem Vorort, weil da ist die Toleranz bei den Filtern, äh, ähm, so eingestellt, dass der nicht bei jedem müh, in Notlauf geht, ähm, 64 Euro, ja, 64 Euro waren es knapp, ja, was soll's, dumm natürlich nur, dass der so spät kommt heute, deswegen muss ich mich, oder dass er heute erst kommt, gestern war nicht mehr machbar, deswegen muss ich mich heute damit noch umquälen, hm, ja, ärgert mich ein bisschen, vor allem ärgert es mich jetzt, dass ich jetzt zurückfahre, von 20 Kilometern für den Arsch sind, fuck ey, so lange ich gerade Strecke habe, ist ja alles easy, kann ich ja, äh, konstant die Geschwindigkeit halten, man kriegt zwar irgendwann, äh, so einen, äh, fetten Waden, weil, äh, es ist natürlich anstrengend, die ganze Zeit den Fuß auf ne bestimmte Position zu halten, aber daran bin ich ja auch schon gewöhnt, äh, durch, durch Fahken, wo ich 10 Stunden lang auf der Autobahn, äh, 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 ne, konstant eine Geschwindigkeit gehalten habe, eine Laie würde jetzt schon Schmerzen schreien, oder wegen Schmerzen schreien, ja, fuck ey, tja, dann hoffe ich einfach mal, das ist mal die gefährlichste Situation jetzt, wenn ich beschleunigen muss, immer versuchen unter 2000 Drehungen, und dann ganz sachte beschleunigen, weil sobald ich zu viel Gas gebe, rechnet natürlich der, äh, das Steuergerät aus, jo, da muss jetzt so und so viel durch die Injektoren geschossen werden, was ja nicht passiert, und dann kriegt er nicht, und er sagt, hey, Moment mal, stopp, die Stimpf hat mich, Notlauf. Ich hoffe echt, dass da nicht die Pumpe ist, oder nicht, oder? Ja, wenn es so ist, dann ist es so, dann muss ich es halt, äh, neu bestellen. Gut, dann mache ich erstmal einen Cut, mal gucken, was er auf die Zukunft kommt. So, ihr seht schon, ne, anderes Auto, ich konnte mir den Ford nicht mehr fahren, das ging nicht mehr. Ey, der ist mir ständig ausgegangen, ständig abgesoffen und alles, und, ja, jetzt hat mir Leitwagen geholt, ich biete mir scheinbar übrig, äh, dadurch habe ich dann auch den ersten Kunden, ja, wir nehmen keine Ware mehr an, sie sind ziemlich spät, da hätte ich schon ausrasten können, habe ich aber durch, äh, diskutieren dann bekommen, da hinbekommen, dass sie die Ware angenommen haben. Genauso bescheuert, ich habe jetzt mal gehört, wie viel ich bezahlen soll für den Ausbohren, es hieß damals, Vormittag, ich denke mal, ja, sechs Stunden, das ist ein Vormittag ungefähr, A 60 Euro sind bei mir 360 Euro, das sind jetzt 580 Euro geworden, fürs Ausbohren der Kopfschraube im Motorblock, die halten sich nie an ihren Scheißabmachungen, ich werde Geld mitnehmen, aber ich werde auf jeden Fall mal nachfragen, ob sie da drauf kommen, kann nicht sein, kann einfach nicht sein, Alter, 600 Euro, das ist, äh, 200 Tacken mehr als abgemacht, ich werde auch jetzt, ab jetzt werde ich, äh, meine Tour fahren, und dann werde ich sagen, ja, na, hier, was man aufhält, sind 200 Euro mehr, weil, darum, so, jetzt schnell nach Hause, Autoübergabe, dann muss der Wagen bis 3 Uhr weg sein, das ist jetzt 12 Uhr 3, also in 3 Stunden muss der Wagen wieder zurück sein, beim Vermieter, dann werde ich um halb zwei die Bahn, äh, holen und abschleppen, den Wagen mit dem Ladebord, und dann werde ich ja sehen, wann fliegt noch alle zu, und heute, Tja, was ein stressiger Tag heute, und warum mache ich das alles, warum fliege ich mir das alles an, für euch, kleinen Knöpse, ne, jetzt nehme ich mal die Zeit, Stella, ein bisschen kraulen, aber es ist doch endlich, was, aber endlich, warum hast du gerade endlich gekrault, endlich habe ich gerade kurz gekrault, jetzt kraul ich ja dich, und entspannen mal ein bisschen, bevor Papa ja los muss, ne, muss dann doch mal los nachher, kannst du noch mein Tablet nehmen, Dienst-Tablet, ich brauche kein Tablet, ne, ich brauche kein Tablet, ne, 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 ich brauche kein Tablet, ne, mach ein bisschen kuschel, kuschel, ne, und dann machst du weg, bis das Tablet, mache, ja, dann darfst du ein Tablet, ein bisschen kuschel, kuschel, so, genau dafür mache ich das, noch mal ein Update zum Freitag, das ist der beschissenste Tag seit 1,5 Jahren, locker, locker, ich, ich, äh, ich, äh, heute klappt nix, nix klappt heute, ne, also erstmal ist ja, weil ich ja gesagt habe, der Ford Teurei geworden, äh, war nicht abgemacht so, ich musste mein Handy so beschissen halten, ey, der Ölfilter ist nun, was soll ich anfangen, Alter, ich bin gerade übelst gestressten, aggressiv, ähm, ich habe ja angerufen, als ich in der Nähe war, von der Werkstatt, da kam keine Antwort, nichts, gar nichts, ne, weder auf meine Nachricht, noch mein Anruf, ähm, ich war gerade mal zu Hause angekommen, kriege eine Nachricht, äh, ähm, ja, haben wir da, nee, ja, haben wir, genau, ja, haben wir, und ne, haben wir, so, ich was, Fragezeichen geschrieben, und ist der jetzt da, oder wie, da kam ein halbeschund später, als ich mich gerade mal hinlegen wollte, für eine halbe Stunde, wollte man eine halbe Stunde ein bisschen pennen, oder einfach runterkommen, wo ich dann direkt nach ein paar Minuten liegen, äh, mit ja, ist da, so, schön, hätte ich mir die ganze Arbeit sparen können, hätte ich gleich vorbeifahren können, hätte ich mir nicht mehr holen können, den scheiß Filter, so, dann habe ich gewartet auf halb drei, da sollte ja dann, ähm, mein Nachbar kommen, ich habe davor schon zwei Mal angerufen, wir gingen nicht ran, ob alles klar geht, wollte ich wissen, boah, als die Zeit gekommen war, ruft er mich an, wird heute nix, ich habe Herzschmerzen, ist ja alles schön gut, soll ja auch nie mit Herzschmerzen fahren, jetzt ist schon ein älterer Mann, aber kann er mir dann nicht davor schon Bescheid sagen, jetzt habe ich da zu Hause, ist eineinhalb Stunden rumgepimmelt und habe Zeit verloren, so, jetzt wird mein Wagen nicht geschleppt, jetzt versuche ich gerade jemanden zu organisieren, der mit mir den schleppt, eventuell noch, mit langen Telles, machen jetzt noch einen Weg, erst mal, geführte, ja, was sind das, 35 Kilometer, um einen scheiß Ölfilter zu holen, Ölfilter, Dieselfilter, um den dann, ähm, zur Werkstatt zu fahren, weil man ja als Kunde alles selber machen muss, wenn man dieses scheiß Ding eingebaut wird, der Ford wenigstens fertig ist, dann der andere, der lange, zum Montag, Junge, Junge, ich habe so die Fresse voll, ey, und dennoch so, so einen dummen Spruch, mir da anhören zu müssen, warum ich mich aufrege, dass es teuret worden ist, ey, hat es noch, oder, also ich glaube, ich spinne hier, ey, das ist unfassbar, genauso habe ich auch gesagt, ich will eure scheiß Netto-Preise nicht wissen, ich will eure verfickten Brutto-Preise wissen, das ist für mich ausschlaggebend, ob ich es wieder bekomme, vom Finanzamt hin oder her, es fehlt mir aber den Monat, da treffen die einfach nicht, ja, so, was gibt es noch zu sagen dazu, weiter zu dem Tag, der wahrscheinlich beschützendste Tag seit 100 Jahren, ich bin echt angefressen, ich bin richtig aggressiv, heute sollen mir bloß keiner Blöde kommen, denen klappe ich das Gesicht nach innen, ey, ja, jetzt bin ich gespannt, weil der Tag noch bringt, mein Arm wird lang, ah, ich muss dich so scheiß halten hier, ey, ich mache jetzt erstmal Schluss hier, ja, falls es nicht kommt, dann wegen meiner Laune, und sonst vielleicht kommt der noch was, ja, reingehauen.